Episode 179. Mein lieber Kollege Matthias hat im Slack und auf LinkedIn eine Frage zu hybriden Formaten angestoßen. Auf diese Frage werde ich in der nächsten Episode eingehen. Jetzt möchte ich eher über die hybriden Formate sprechen, denn ich habe hier etwas ganz Interessantes gefunden und ich möchte dich umgehend daran teilhaben lassen. Mehr dazu nach dem Intro. Hey, was geht ab? Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung Rocks, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Lerncoach für Future E-Learning und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Und zwar habe ich zum Thema hybride Formate mich mal ein bisschen umgetan und habe da was ganz Interessantes gefunden von Nele Hirsch. Nele Hirsch sagt dir vielleicht etwas, die ist beim E-Bildungslabor und schreibt dort immer ganz, ganz viele tolle Artikel. Und sie hat gesagt, wenn wir von hybriden Lernsettings sprechen, müssen wir vielleicht auch weiterdenken. Und sie spricht hier von Hybridität und hat dort drei Thesen aufgestellt, nämlich erstens, Lernen findet nie nur analog oder nur online statt. Denn wer sich an einem physischen Ort auffällt, hat auch fast immer einen Online-Zugang dabei. Und wer online lernt, ist zugleich immer auch an einem physischen Ort. Und diese These hat mich zum Nachdenken angerichtet und vielleicht richtet sie dich auch an. Ich fand das sehr spannend, denn ich habe erst mal darüber nachgedacht, hat fast immer einen Online-Zugang dabei. Und dann fiel es mir ein, ja klar, das Smartphone, wir haben immer unseren Online-Zugang in der Jackentasche oder Hosentasche oder wo auch immer. Und wenn ich online lerne mit meinem Smartphone, befinde ich mich auch immer irgendwo an einem physischen Ort. Diese These hat also somit schon mal für mich sehr, fühlte sich sehr stimmig an, sagen wir es mal so. Dann hat sie eine zweite These aufgestellt, dass es in einem Lernangebot sowohl überwiegend Online-Phasen als auch überwiegend Präsenzphasen gibt. Und dafür ist der Begriff Blended sehr gebräuchlich. Und das fühlte sich auch stimmig an, weil Blended Learning ist mit Sicherheit auch dir ein Begriff. Und dann gab es noch die dritte These, dass einige Lernende zur gleichen Zeit online sein können und andere an einem physischen Ort lernen. Und genau dieses Format wird auch ganz oft beschrieben, wenn man von hybriden Lernsettings spricht. Das ist so eine Leseart dessen zu sein. Und ich fand aber auch diese zwei anderen Thesen zu Hybridität sehr spannend. Und dann hat sie noch was geschrieben über die Formate. Den Artikel von Nele werde ich dir hier unten in den Shownotes verlinken. Und zwar kennst du vielleicht den Begriff Coworking Space. Das heißt also, du gehst in einem, mietest dich bei einem Coworking Space ein und kannst dann dort arbeiten. Und wenn du dann zur Kaffeeküche gehst oder auf Toilette gehst, dann findest du dort, triffst du dort den einen oder anderen Kollegen aus einem ganz anderen Bereich und kannst dich hier austauschen. Und Nele spricht hier nicht von Coworking Space, sondern vom Co-Learning Space. Und das ist eine Konzeption auf eines Online-Seminars. Das heißt also, du konzipierst ein ganz normales Online-Seminar, welches dann jedoch im physischen Raum als Add-on stattfindet. Und dann kannst du dich auch wieder hier in dem Co-Learning Space mit anderen Lernenden vor Ort im physischen Raum austauschen, auch wenn das Ganze ein Online-Seminar ist. Dann gibt es noch das Format des Mini-Streams. Mini-Streams ist, du kriegst einen kurzen Input, der in einem physischen Raum zugeschaltet wird. Wenn zum Beispiel die Teilnahme aus ökologischen, zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht erwünscht oder sogar möglich ist. Das ist so ein Special, dass du als Special Guest auftrittst oder die Teilnehmer als Special Guest auftreten. Das fand ich auch ein sehr spannendes Format. Und dann das hybride Add-on. Und das ist so, wenn du eine Präsenzveranstaltung hast und sich externe Teilnehmende daran beteiligen können. Das heißt, du stellst ein Conceptboard zur Verfügung oder Miro oder Muralboard. Und diese Teilnehmenden können sich dann über einen Link dort auch ihre Perspektiven und Sichtweisen mit einbringen. Und das finde ich nochmal eine ganz spannende Idee. Das hat so ein bisschen dieses Flipped Classroom, Flipped Angebote so ein bisschen. Das heißt, du machst so eine kollaborative Sammlung von Fragestellungen oder von Sichtweisen, von Perspektiven. Und die können dann sowohl aus dem physischen Raum als auch aus der Online-Welt mit eingebracht werden. Oder du erweiterst das Ganze für die Teilnehmenden, die nicht vor Ort sein können. Und die können sich dann über Tweets oder halt über Hashtags mit einbringen. Dann gibt es noch die Möglichkeit in diesem hybriden Add-on, dass man natürlich auch sagt, hey, wir nehmen die Learnings als Podcast auf und stellen die allen zur Verfügung, die für dieses Event oder für diese Veranstaltung angemeldet waren. Das bedeutet, dass du dann auch wieder hier dieses Material allen zur Verfügung stellst. Und es muss ja kein Podcast sein. Du könntest auch genauso gut Interviews oder kleine Videosequenzen aufnehmen. Kleine Einheiten, kleine Learning Nuggets, um die dann allen wieder als hybrides Add-on zur Verfügung zu stellen. Du kannst aber auch einen Podcast aufnehmen mit Teilnehmenden vor Ort und die Teilnehmenden, die online vielleicht zugeschaltet sind. Und damit hättest du dann auch wieder ein hybrides Add-on. Was ich schon mal erlebt habe, ist die Schnittstelle. Und zwar als Schnittstelle wird hier bezeichnet, dass es eine Online-Veranstaltung gibt und eine Veranstaltung an einem physischen Ort. Und es gibt einzelne Überlappungen. Faktisch gesehen werden aber zwei Veranstaltungen geplant. Das heißt, du planst einmal eine Online-Veranstaltung und einmal die Veranstaltung im physischen Raum. Aber es hat das gleiche Oberthema. Es hat eine gleiche Webseite. Es hat gemeinsames Material oder vielleicht einen gemeinsamen Hashtag. Und dann gibt es halt einzelne verbindende Programmpunkte. Bei einem Barcamp kann das zum Beispiel sein, dass physisch begonnen wird und im virtuellen Barcamp fortgesetzt wird. Und die Erkenntnisse dann gemeinsam auf irgendeinem Board festgehalten werden. Oder es gibt eine Kaffeestation, einmal eine virtuelle und einmal vor Ort. Und dann stellst du halt an diese Kaffeestation eine Laptop hin oder ein Smartphone. Und dann können sich die Teilnehmenden dort austauschen. Und wenn du zum Beispiel über Zoom das Ganze machst, dann machst du halt eine Breakout-Session, wo die Teilnehmenden dann in eine Kaffeestation reingehen können. Und genau dieser Breakout-Raum ist dann auf diesem Smartphone-Tablet dort geöffnet. Du kannst auch immer die Key-Learnings dokumentieren auf dem Board. Was allerdings ein Nachteil ist, es bindet natürlich personelle Kapazitäten. Denn du brauchst natürlich jemanden, der das Thema dann, die Veranstaltung vor Ort macht und die Veranstaltung auch online durchführen kann. Und du brauchst einen guten Austausch zwischen den zwei Veranstaltungsteams. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung hier sagen, genau das erlebe ich immer beim E-Learning-Summit. Also die machen eine Summit-Tour und bisher fand die vor Corona noch immer in Präsenz statt. Und jetzt, durch Corona, hat sie letztes Jahr rein online stattgefunden oder auch mal online, mal offline. Und dieses Jahr machen sie eine hybride Veranstaltung daraus. Und es werden immer zwei Veranstaltungen geplant. Ein Team sitzt in Hagen in Bremschen und die anderen sitzen halt da, wo gerade die Veranstaltung vor Ort stattfindet. Ich sage jetzt mal, der Auftrag von denen war ja in Dortmund. Da habe ich schon mal eine Episode drüber gemacht. in einer schönen Location. Das war eine ausrangierte Kirche, sage ich jetzt mal. Und ein Teil war halt vor Ort und hat die Technik aufgebaut und hat alles drumherum dort gesteuert. Und die andere Veranstaltung fand über Zoom statt. Und ich war eine der Moderatoren über Zoom. Und wir haben einen genauen Ablaufplan gekriegt. Und wir wussten genau, wann wir wieder nach Dortmund schalten, wann Dortmund ins Online-Geschehen eingreift. Und das war einfach cool zu erleben. Aber es bedarf natürlich wirklich ganz viel Abstimmung. Und die Idee mit der virtuellen Kaffeestation finde ich eigentlich noch sehr cool. Das ist noch etwas, das hat da jetzt gefehlt. Aber, mein Gott, auch da kann man ja immer das Format ausweiten und noch gucken, was kann man immer irgendwo an manchen Stellschrauben drehen und verbessern. Trotzdem läuft es immer wieder super gut beim E-Learning-Journal. Also das sind wirklich Profis, die das machen. Sowohl vor Ort als auch dann diese ganze Regieplanung online. Und hier ist es so, es findet vor Ort ein Barcamp statt. Und es findet ein Barcamp statt in den Online-Sessions. Am Schluss findet dann immer so ein kleines Barcamp statt. Und hier muss ich auch sagen, dass die Programmpunkte, die online festgestellt werden, auch gleichzeitig auf die Pinnwand vor Ort kommen. Und die Ideen vor Ort für eine Barcamp-Session immer auch online auf dem Board landen. Dafür sind extra zwei Personen abgestellt. Die eine, die sich darum kümmert, dass das Ganze vor Ort eingebunden wird. Und die andere, die sich dann darum kümmert, dass das Ganze auch online eingebunden wird. Und das ist eine tolle Idee mit dieser Schnittstelle. Ich wusste gar nicht, dass man das auch Schnittstelle nennen kann. Fand ich jetzt hier mal ganz spannend und wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Dann gibt es noch sowas wie Lerngruppen-Puzzle. Das heißt, es gibt mehrere Lerngruppen an unterschiedlichen physischen Orten. Und die können sich aber zusätzlich online austauschen. Das heißt, es werden die Inhalte der jeweiligen Lerngruppe gesammelt und den anderen zur Verfügung gestellt. Das sind dann so Formate wie Hackathons, Materialwerkstätten oder auch Sprints. Lern-Sprints eignen sich auch für sowas. Und das sind lose Verbindungen über das gemeinsame Thema und den gemeinsam genutzten Hashtags und natürlich die gemeinsam genutzten Online-Räume. Schön ist es, wenn es einen gemeinsamen Auftrag gibt und einen gemeinsamen Abschluss zwischen allen Gruppen. Und das wir Videokonferenz-Tool, mein Tool der Wahl ist ja der Zoom, dass man da dann sagt, okay, wir machen den gemeinsamen Auftrag und wir machen einen gemeinsamen Abschluss. Und dort legen wir dann auch die Ziele fest und verteilen die Aufgaben. Und am Ende wird alles nochmal zusammengefasst und festgehalten. Und wir haben zwischendurch andere Kommunikationswege oder wir benutzen dann halt auch Zoom. Wichtig ist hier an dieser Stelle, dass man die Gruppen gestaltet, gut gestaltet, dass sie gut konzeptioniert sind, dass sie die Möglichkeit haben, auch immer zu kommentieren und Feedback zu geben. Aber auch hier ist es natürlich ein großer Aufwand, ein Abstimmungsaufwand. Das Ganze zu koordinieren ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht, wenn du nämlich mit mehreren Lerngruppen arbeitest, an unterschiedlichen physischen Orten. Jetzt packen wir das Ganze mal in das internationale Geschäft. Das heißt also, du hast eine Lerngruppe in Amerika, eine in Fernost, eine in Europa sitzen. Da musst du immer gucken, dass du so die Schnittstelle zwischen den Sideslots zwischen Europa, Amerika, Europa, Asien hinkriegst, Asien, Amerika. Denn wir sind ja alle in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs und das alles zu koordinieren, bedarf natürlich nochmal eines größeren Aufwandes. Trotzdem finde ich dieses Lerngruppenpuzzle auch ein sehr spannendes Format. Für mich ist es hier wichtig, dich mal anzuregen, weiterzudenken, dass du offen bist zum Experimentieren, dass du sagst, hey, entdecke die Möglichkeiten. Was gibt es denn hier? Welche Entwicklungen gibt es? Was können wir denn hier machen? Und das war mir hier an dieser Stelle mal ganz wichtig, dir diese Einsichten von der Nele Hirsch vom E-Bildungslabor mal näher zu bringen. Auch mal drüber nachzudenken, was bedeutet denn diese hybride Formate für dich? Was bedeuten denn überhaupt Formate? Was könnten Formate sein? Und in der nächsten Podcast-Episode, da gehe ich dann nochmal drauf ein, ja, was bedarf es denn überhaupt, wenn wir so über dieses hybride Lernsetting sprechen, einige Teilnehmenden sind vor Ort und die anderen Teilnehmenden sind an dem physischen Ort. Also physischen Ort und online, so rum. Und was bedarf es denn da? Was braucht es eigentlich alles? Was brauchen wir? Ich hoffe, du konntest hier jetzt schon mal ein paar kleinen Nuggets für dich mitnehmen und hast auch neue Formate. Also dieses Co-Learning-Space finde ich ein mega spannendes Format, welches ich auch gerne demnächst mal ausprobiere. Dann dieses hybride Add-on, das machen wir jetzt schon bei Franz in seinem Kurs, dass wir da auch immer so ein bisschen Add-ons mit einpacken. Und dieses Mini-Streaming mit dem als Special, das finde ich auch nochmal eine ganz tolle Variante. Die Schnittstellen, dass man also wirklich sagt, es gibt online was und es gibt was an einem physischen Ort und es gibt Überlappungen. Ja, es bedarf immer eines gewissen Aufwandes, aber ich stelle hier auch beim E-Learning-Journal fest, dass sich der Aufwand einfach lohnt. Und es lohnt sich, das einmal aus Sicht eines Teilnehmenden zu erleben und ich finde, es lohnt es auch, mal bei so etwas mitgemacht zu haben, um dann zu erleben, wie ist denn das eigentlich? Wie wird denn immer zwischen den unterschiedlichen Veranstaltungen hin und her geschaltet? Und das alleine ist schon erlebniswert, kann ich anders gar nicht sagen. Und Lerngruppenpuzzle, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber in einem kleineren Format und nicht in so einem riesen internationalen Format. Du hast hoffentlich jetzt hier Lust bekommen, mal weiterzudenken und auch mal zu schauen, was bedeutet denn hybrides Format für dich und welches hybride Format käme denn für dich in Frage? Und dann bin ich sehr gespannt auf deine Informationen, du kannst es mich gerne wissen lassen. Du findest meine E-Mail-Adresse hier in den Shownotes und natürlich auch den Artikel von der Nele Hirsch. Jetzt bin ich raus und freue mich schon auf die nächste Episode. Da geht es dann genau um die Fragen, die Matthias gestellt hat. Bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike. Bis demnächst in deinem Ohr. 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 Bis zum nächsten Mal.